so arena showdown alter was ist martin was machst du denn da für eine scheiße das klang grad weiß ich als welcher waschmaschine gefangen ja aber warum soll das denn von ihm kommen kann das von dir ich habe mal das wort gestartet ja nein jetzt kommt es wort nun alter also also jetzt mal ganz objektiv von der skala von 1 bis scheiße wo würde die helle 5 einorten sagen wir so wäre es ein spiel wie timeshift gewesen den 10er gekauft hätte voll cool ja das reicht so aber zumindest dass die kritik haben sich angenommen sie haben knalligere farben für die outfits genommen da wird man man sich ja ich hasse diese märkte super das tatsächliche wenigen maps die ich gut finde ich bin gespannt dicker wie kann man wie oft kann man daneben schießen die ich mal du potze stellt sich hinter so einer kacken und nacken da man töt ihn halt voll mit nahkampf angriff so ein lappen bei dir eben das ist fucking smart ja und lass mich doch mal aufregen wenn die gegner das machen hinter uns hinter uns danke wer auch immer mich gerettet hat danke wir müssen so ein fotzen counter einbinden ins video also was auch mal ab der text anschmeißen ja da ist jemand gestoppt aber ja überall nur one shot und der baus auch du machst du machst du machst das wort one shot ja aber schlecht ablenkung jetzt habe ich scheiße ich war zu lahmarschig meine kacke so lahmarschig mit seiner kacke okay dass sie mal so stehen wie der da rum gekämpft hat hinter dem busch mensch kommt mit einem schuss ganz ernst anja kommt schuss heißt tot anja also wie in echt realistisch sie ist aber voll realist wie du da unten stehst du so ein heinrich hinter dir martin martin glaube ich doppelte abschuss mein gott jetzt steht er da unten wieder so du die du die du fick dich ja du hast doch fünfmal daneben geschossen ich habe einmal geschossen getroffen was los ich habe nicht getroffen habe ich in den brust geschossen oder scheiden kleister was wollte mich verarschen sind nur vier im rückstand von k3 sagen das hat nico korrigiert er hat bitte doppelter abschluss oh ich bin zu blöd zum klettern verpiss dich oh doppelter abschluss dreifach abschluss ja mach 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 ich verlasse mich auf dich wenn es einmal gut läuft dann werde ich so aufgeregt dann verkacke ich nimmer wer war das kann doch nicht sein ich habe plus minus null gespielt mich drauf keine schuld anja 3 3 10 ich habe 14 11 alter also bitte 0,2 at ja ich kann auch einfach rausgehen ganz ehrlich nein anja krieg dich doch nicht auf anja ich möchte dass du dass du dir jetzt einen stuhl nimmst den fernseher zum fenster drehen und draußen spielst das team dass du mit ihrer haus Hospital spielst nein ich finde anja für du hast das sehr gut gemacht für deine für eine frau für eine frau für eine frau für eine frau